Die Quartalsaison ist im vollen Gange, das heißt, dass die einzelnen Unternehmen das abgelaufene Quartal präsentieren. Entsprechend geht es ordentlich volatil an der Börse zu. Für einen Titel aus unserem US-Titans-Paket ging es am vergangenen Freitag fulminant um bis zu 25% an der Spitze nach oben. In dem heutigen Video zeige ich euch, was es hier vor allem kurz- bis mittelfristig zu erwarten gibt. Haben wir vielleicht sogar unseren überzyklischen Boden bereits ausgebaut? Das würde also bedeuten, dass das auf Multijahresebene ein äußerst interessantes Investment darstellen würde. All das in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht es weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Falls ihr mir meine Arbeit hier auf YouTube etwas zurückgeben wollt für den kostenlosen Mehrwert, den ihr tagtäglich erhaltet, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr noch nicht Abonnenten seid, drückt auf den Abonnieren-Knopf, um hier immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir schauen uns heute einen Titel an, den habe ich tatsächlich hier auf diesem Kanal noch nicht besprochen. Und zwar soll es um die 3M-Aktie gehen. Die 3M-Aktie ist ja einer der Titel aus unserem US-Titans-Paket. Sehr, sehr interessante Struktur, vor allem in der überzyklischen Annahme. Da kann es tatsächlich sein, dass wir hier in einen übergeordneten bullischen Trend jetzt übergegangen sind. Als Katalyst möglicherweise die Earnings am vergangenen Freitag, da ging es ja wirklich impulsiv nach oben. Wenn wir uns hier mal das kurzfristige Chartbild anschauen, was der so prozentual hingelegt hat, innerhalb weniger Handelsstunden, an der Spitze über 26%. Das ist natürlich für einen Titel in der Größenordnung eine massive Liquidität, die dazugekommen ist. Das heißt, die Quartalszahlen haben dem aus analytischer Sichtweise natürlich auch verholfen. Denn wenn wir uns mal das Update vom 23.02. in diesem Jahr anschauen, sehen wir, dass wir ja schon sehr, sehr lange sehr bullisch sind auf diesem Titel. Das heißt, das ist jetzt hier mal das kurzfristige Chartbild. Da sollte ja der Titel hier seinen Boden im Idealfall zwischen 78.06. Retracement und 88.07. Retracement ausbauen. Dort hat der Titel dann tatsächlich gedreht und ist dann nachhaltig gestiegen, ohne neue Tiefstände zu erreichen. Das heißt, das ist definitiv mal ein Trade, wo man mit dem Einstieg ordentlich bis dato hätte profitieren können. Wenn wir uns mal anschauen, was da seit der Oberkante gegangen ist, waren das insgesamt 55,38%. Sehr interessante Kursentwicklung, wie ich finde. Wir persönlich sind da ja auch schon länger investiert. 3M ist bei uns im US-Titans-Paket die zweitgrößte Position inzwischen nach Apple. Bevor die Earnings hier released worden sind, waren wir damit unsere Position auf Break-Even. Das heißt, plus minus 0% hatten wir hier auszuweisen. Und durch den Earnings-Bike am Freitag haben wir jetzt inzwischen eine Position mit über 26% in Profit. Sehr wichtig, das verhilft natürlich unserem gesamten Depot hier ordentlich ins Plus zu drehen. Da sind wir jetzt aktuell insgesamt fast 15% in Profit. Gut, das mal, um ganz schnell zu rekapitulieren, was hier passiert ist. Doch wir wollen uns jetzt mal anschauen, ob die Aktie auf den aktuellen Niveaus vielleicht sogar ein Kaufwert ist. Und wie es hier vor allem mittel- bis langfristig so aussieht. Da sind wir ja sehr, sehr bullisch gestimmt. Gut, läuft also alles nach Plan, könnte man sagen. Wir sind jetzt hier aus unserer Zielzone rausgelaufen. Da haben wir den Trendwechsel hier auch erwartet. Das war ein wichtiger Kauf, den wir hier getätigt haben. Und entsprechend sind wir da jetzt natürlich auch sehr zuversichtlich, was unsere allgemeine analytische Sichtweise hier angeht. Weil man muss ja wirklich sagen, dass es mit der impulsivste Anstieg, den diese Aktie in den letzten zwei Jahren gesehen hat, entsprechend deutet das natürlich darauf hin, dass wir hier womöglich in den nächsten Superzyklus aus bullischer Perspektive übergegangen sind. Was heißt Superzyklus? Das ist im Endeffekt eine akademische Frage. Wir haben ja hier verschiedene Wellen gerade, die wir annehmen. Und der Superzyklus bestimmt lediglich einen mehrjährigen Zyklus auf Multijahresebene. Das ist jetzt kein kurzfristiger Zyklus oder mittelfristiger Zyklus. Da sprechen wir dann schon über einen Zeithorizont von mindestens fünf bis zehn Jahren. Da gehen wir übergeordnet davon aus, dass wir uns jetzt innerhalb der Welle 3 Expansion mit Kurs ziehen von mindestens 162 Prozent Richtung 422 Dollar an der Spitze bis zu 505 Dollar hier denkbar befinden sollten. Warum das so ist? Da finden wir die Antwort an der Korrekturtiefe, die diese Aktie ausgebaut hat in den vergangenen Jahren. Das Major Top haben wir hier 2018 ausgebaut. Das heißt, die Aktie befindet sich jetzt schon sehr lange in der Korrektur. Und es ist auch strukturell gesehen eine sehr schöne Korrektur gewesen. Also es ist jetzt wirklich keine Pump-and-Dump-Action, wo man sagt, um Gottes Willen, damit kann man gar nicht arbeiten oder so. Sondern das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Chart-homogene Struktur, die wir ausgebaut haben in den letzten Jahren. Und auch unter der Berücksichtigung der zeitlichen Komponente passt das in das Gesamtbild, dass wir hier jetzt durchaus davon ausgehen können, unter Berücksichtigung der Impulsivität am Freitag, dass wir uns aufgrund der Charakteristika, die so eine übergeordnete Welle 3 Bewegung hier mitnimmt, wie gesagt, in dem nächsten Zyklus aus bullischer Perspektive befinden. Ich habe es erwähnt, die Korrekturtiefe, die begünstigt das Ganze natürlich auch. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie tief dieser Titel seit seinem lokalen Höchststand bei 217 Dollar hier korrigiert hat, gesprochen auf die gesamte Aufwärtsbewegung, die diese Aktie in den vergangenen Jahrzehnten ausgebaut hat, sehen wir, dass wir hier unseren Bodenstand jetzt Richtung 61,8er, 78,6er Retracement ausgebaut haben. Das ist statistisch gesehen der wahrscheinlichste Bereich für eine solche Aktie in der Größenordnung. 3M ist ja ein sehr, sehr alter Titel, da sprechen wir auch von einer gigantischen Marktkapitalisierung. Entsprechend passt das natürlich auch in das gesamtheitliche Bild, dass wir hier womöglich unser Major Bottom ausgebaut haben. Neben dem Fakt, dass wir natürlich, habe ich ja bereits erwähnt, so impulsiv angestiegen sind. Was ich mir persönlich noch vorstellen könnte, ist aber nicht mein präferiertes Szenario, dass wir hier uns lediglich korrektiv hocharbeiten und wir hier nicht diese Welle 2 ausgebaut haben, sondern eine A-Welle. Das würde dann aber dennoch bedeuten, dass wir die letzten Allzeithöchststände mal mindestens antesten sollten Richtung 217 Dollar, wenn nicht sogar ein neues Allzeithoch hier bilden sollten, bevor dann die Aktie in den nächsten Abverkauf der möglichen C-Welle dieser 2 hier übergeht. Ist aber für die aktuelle Analyse meines Erachtens nicht relevant. Wir gehen also so oder so davon aus, dass wir uns hier hocharbeiten sollten. In welcher Struktur ist dann von den Subwellen abhängig. Aber das neue All-Time-High werden wir sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten hier sehen. So oder so. Und wenn wir dann diese Marke angetestet haben Richtung 217 Dollar oder sogar ein neues Allzeithoch erreicht haben, müssen wir dann natürlich die gesamtheitliche Struktur nochmal evaluieren. Denn dann besteht hier die Möglichkeit, dass sich der Titel vielleicht nochmal verabschiedet und es zu einem Strukturbruch unterhalb der 70 Dollar hier nochmal kommen könnte. Wobei man dazu auch nochmal sagen muss, wir haben hier eine kompletierte dreiteilige Abwärtsbewegung ausgebaut. Das heißt, wir haben eine dreiteilige A in der Alternative. Das würde also bedeuten, dass der C-Welle hier womöglich dann, falls die Alternative ausgebaut werden sollte, es an Kraft fehlen würde, hier ein neues Tief auszubauen unterhalb der 70 Dollar. Das heißt, so oder so ist die Aktie aus Long-Term-Perspektive definitiv ein Kaufwert. Kurzfristig sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn man muss wirklich sagen, die Aktie hat sich sehr, sehr schön entwickelt in der letzten Zeit. Earning-Spikes sind natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aktien tendieren immer, solche Imbalancen in der Preisstruktur zu füllen. Das heißt, selbst wenn sich die Aktie jetzt hier kurzfristig weiter nach oben bewegen sollte, wovon wir ja immer noch ausgehen. Wir gehen ja kurzfristig davon aus, dass wir uns jetzt hier innerhalb dieser Welle 5 befinden, die dann eine Welle 1 hier kompletieren sollte. Dann kann es eben dazu kommen, dass der Preis dann nochmal daraufhin sehr tief korrigiert, diese Imbalance füllt. Sehr viele Anleger, die gegebenenfalls hier sogar gehebelt drin sind, aus dem Markt spült, um dann erst nachhaltig zu steigen. Das heißt, wenn man jetzt hier diese letzte Zielzone verpasst hat, weil man beispielsweise nicht Abonnent des US-Titans-Pakets ist, würde ich persönlich auf den aktuellen Niveaus, zumindest mal wenn man eher kurzfristig orientiert ist, nicht einsteigen. Denn wir gehen ja davon aus, dass wir nach Kompletierung dieser Cyan 5 diese Rote 1 hier ausbilden sollten. Das würde dann dazu führen, dass wir mal mindestens eine korrektive Phase Richtung 50er Retracement hier sehen sollten. Und dann würden wir diesen Earnings-Spike tatsächlich wieder komplett abgeben. Je nachdem, wie weit sich diese Welle 5 dann eben erstreckt. Es kann auch sein, dass wir hier das Fibonacci Retracement Niveau entsprechend nach oben anpassen müssen. Aber so oder so würde sich die Aktie dann wieder um den Bereich zwischen 100 Dollar, vielleicht sogar 80 Dollar einpendeln, bevor wir dann in den nächsten impulsiven Anstieg der 3 dieser übergeordneten 3 hier übergehen. Überzyklisch ist das gar kein Thema. Da könnte man natürlich drüber fantasieren, eine erste Position zu hinterlegen. Falls euch persönlich das jetzt irgendwie egal ist, dass ihr hier kurzfristig unter Wasser werdet oder euer persönlicher Plan ist, eure Position weiter aufzustocken. Wir persönlich, die HKCM, werden unter Berücksichtigung, dass die 3M-Aktie jetzt natürlich unsere zweitgrößte Position nach Apple darstellt, auf den aktuellen Niveaus keine Position nachkaufen. Wir wollen jetzt erstmal beobachten, wie sich die weitere Struktur in der laufenden Aufwärtsbewegung ausbildet, um dann gegebenenfalls Rücksetzer in der Welle 2 hier nutzen, um zum einen natürlich eine weitere Zielzone für euch zu setzen, wo wir dann selbstverständlich auch planen, einen weiteren Zukauf zu tätigen. Und an dieser Stelle wäre es das dann auch schon alles zum Thema 3N. Schauen wir mal, wie es hier in der nächsten Zeit so weitergeht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.